Als Michael Jackson zwölf Jahre alt war, hatte er mit I'll Be There seinen ersten Welt-Hit. Bei den Proben seiner London-Konzerte jetzt entdeckte er im englischen Fernsehen ein Nachwuchstalent, das genauso alt war wie er damals. Mit diesem jungen Mann wollte er unbedingt in seiner Show in London auftreten, zu der es ja leider nicht mehr kam. Aber der Zwölfjährige hat dann doch noch für Michael gesungen. Bei der Trauerfeier für Michael Jackson rührte er Hunderte von Millionen zu Tränen. Und heute singt der Zwölfjährige zum ersten Mal im deutschen Fernsehen den Jackson-Five-Klassiker I'll Be There. Herzlich Willkommen, Shaheen Jafragoli. You and I must make a page We must bring salvation back Where there is love I'll be there I'll reach out my hand to you I'll have faith in all you too I'll have faith in all you too Whenever you need me I'll be there Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'll be there And I'll reach out my heart And I'll reach out my heart When my worries around you I'm too mad I'm about you I'll be there With a love that's strong I'll be the strength Don't you know I keep holding on Let me be your heart, joy and laughter Together is well, girl is all I'm after Whenever you need me, I'll be there And I'll be there to protect you With an unselfish love that respects you Just call my name and I'll be there And I'll be there to comfort you In my world of dreams around you Don't you know I'm so glad I found you And I'll be there with a love that's wrong I'll be your strength Don't you know I'll keep holding on Let me feel joy and laughter Together is well, girl is all I'm after Whenever you need me, I'll be there Don't you know, baby, yeah I'll be there I'll be there Yeah, 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 yeah And just call my name And I'll be there And I'll be there I'll be there I'll be there And I'll be there And I'll be there Just call my name And I'll be there And I'll be there And I'll be there And I'll be there Hey, respect! Das war's big. Du liebst es, oder? Ja. Du kennst genau wo die Kamera war. Ja? Das ist ein Showstar hier. Und die Mikrofon, ja. Ja. Ja, 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 ja. So, wenn du den Brot öffnest und die Licht läuft, beginnst du zu singen? Ja. Ja, okay. Also, ein Mann, der für die Bühne geboren ist. Ich hoffe, wir hören noch sehr viel von dir. Vielen Dank. Danke. Und du tanzt? Okay. Danke. Bye-bye.